Elon Musk gewinnt Streit um Dogecoin Elon Musk hat den Streit um Dogecoin gewonnen und wurde von den Vorwürfen der Kursmanipulation freigesprochen. Musk soll auf X, damals noch Twitter, durch Tweets große Kursbewegungen bei Dogecoin ausgelöst haben. Privatinvestoren behaupteten, Musk habe den Kurs in zwei Jahren um über 36.000% gesteigert und dann abstürzen lassen. Gefordert wurden 258 Milliarden US-Dollar Schadensersatz, aber das Gericht in New York wies die Klage ab. Das Gericht befand, dass kein vernünftiger Anleger sich auf Musks Dogecoin-Tweets verlassen könnte. Der Dogecoin-Kurs stagnierte trotz des Freispruchs und lag knapp unter der 10-Cent-Marke mit einem Minus von einem Prozent. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.